Dass Gold ein Renner sein dürfte, das ist für die meisten durchaus schon gegeben und festgesetzt. Die Frage ist allerdings, wie weit und vor allem die allererste Frage, wann geht es denn endlich los? Haben wir es denn schon so weit? Gucken wir ganz kurz auf das große Bild mal hier drauf. Dann sehen wir noch mal das übergeordnete Bild und wir hatten ja, das ist nicht sehr sauber gezeichnet, aber man kann zumindest mal festhalten, das sieht ja ziemlich wackelig hier nach unten aus und die Aufwärtsrichtung, ja, das sieht schon cool aus, wenn der Markt so steigt. Ja, das würde ja eigentlich heißen, dass der Markt dann irgendwann mal seine Aufwärtsrichtung fortsetzt und ihr wisst, dass ich ja immer auf diese Korrekturen achte und dann sage, wenn die rum ist, dann geht es los. Und wir wollen ja nicht erst ganz spät reinsteigen. Ein möglicher Einstieg wäre ja zu warten, bis der Kurs mal so die letzten Zwischenhochs hier rausnimmt. Irgendwie da oben, aber können wir vorher da schon irgendwas machen? Hier hatten wir jetzt jüngst eigentlich eine Geschichte, die ja vielleicht als Start schon gelten könnte, weil das ist der tiefste Punkt, aber haben wir schon drüber gesprochen, das ist mehr als wackelig. Jetzt gibt es einen kleinen Lichtblick, könnte man meinen zumindest mal, denn wir hatten zwar eine deutliche Abwärtsbewegung und wackelig nach oben und ihr erinnert euch, wir hatten dort ja eine Short-Idee, die so nicht aufgegangen ist. Manchmal wird man dann einfach gar nicht reingetriggert. In diesem Fall ist es allerdings so gewesen, dass unser Trigger hier an der Unterseite knapp, aber eben gerade eben auch wieder rausgenommen wurde. Sowas passiert, das ist auch nichts Außergewöhnliches. Das passiert sogar oft, was auch immer oft bedeutet. Vielleicht passiert das nur in einem Drittel der Fälle. Aber es passiert eben so häufig, dass man damit einfach leben muss. Allerdings die Chance-Risiko-Verhältnisse sind ja damals ausgegangen davon, dass der Kurs hier unten drunter geht. Der Stopp irgendwo hier liegt, den muss ich jetzt ungefähr schätzen. Also da sieht man schon, das Risiko gemessen an der Gewinnseite ist relativ gering und manchmal hat man ja auch die Chance, dass man sogar den Stopp ein bisschen schon nachziehen kann, wenn der Zeitablauf dann lang genug ist. So, das sind jetzt alle Kamellen. Das ist nur, um zu zeigen, vorsichtig, auch die Ideen, die ich hier immer ankündige, ein Trade des Tages beispielsweise. Viele von euch sind ja da eh schon mit dabei, wo ich dann Trading-Ideen dann angebe oder eben auch aufs Smartphone schicke im Trade-to-go beziehungsweise im Born-for-Trading ist der richtige Name. Wenn ihr euch das anguckt, dann kann das durchaus mal passieren. Sollte euch aber nicht wirklich stören, denn es ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte und wenn es eben hin und wieder mal vorkommt, das gehört einfach mit dazu. 100% Trefferquote geht nicht. Ja, aber die Short-Idee ist damit ja jetzt erstmal rum. Wir sind da ausgestoppt worden, ist das Thema in dem Fall also von der Short-Seite her durch. Dafür müssen wir uns mal angucken, wie die Aufwärtsbewegung aussieht. Und die sieht ja nun immer noch sehr, sehr wackelig aus und damit nicht wirklich attraktiv. Allerdings haben wir jetzt eine Marke erreicht und zwar unlängst, nämlich dass wir von dieser steilen Abwärtsbewegung jetzt die 78er Marke nach oben rausgenommen haben. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Lackmus-Test, wie ernst meins denn die Bären in dem Fall. Also wie ernst meins die starke Seite und die war ja hier abwärts gerichtet im Verhältnis zur schwachen Seite nach oben. Und wenn die schwache Seite sich doch so stark nochmal wieder an den alten Hochpunkt ranarbeiten kann, dann ist diese Stärke, die wir hier auf der Abwärtsseite hatten, offensichtlich eben nicht der richtige Burner. So, also damit ist der Short generell noch nicht vom Tisch, denn insgesamt muss man sagen, dass die Bewegung hier natürlich immer noch doof aussieht. Ein sehr fachmännischer Begriff aus der Börsensprache. Aber naja, wirklich überzeugend ist das aktuell noch nicht. Das bedeutet allerdings, dass ich eher davon ausgehe, dass wir zumindest mal erstmal noch ein bisschen nach oben gehen. Vielleicht sogar damit das neue Hoch hier raus, das letzte Hoch hier, nicht das neue, aber das letzte Hoch, nämlich diese Marke hier, das Hoch vom 12. Oktober rausnehmen bei ungefähr 19,33. Dass das hier, also nicht 19,33, sondern 1.933, vorsichtig, dass die Marke hier nach oben nochmal rausgenommen wird. Und dann, dann ist neues Spiel, neues Glück so ungefähr, nämlich wenn dann wieder der nächste Schub nach unten stattfindet und wackelig nach oben, hätte man die Chance, das gleiche von der Idee dann eben nochmal zu machen. Also ihr seht, ich bin aktuell tendenziell bullish. Kann ich das nicht bullish für einen Long Trade nutzen? Ich persönlich finde das auf diesen Zeitebenen zumindest mal unattraktiv, weil dafür einfach diese Bewegung mir viel zu wackelig ist und da habe ich wenig Lust, mich da mit einzumischen. Was natürlich geht, ich habe es noch gar nicht gemacht, das machen wir jetzt mal gerade gemeinsam, zu gucken auf der kleinen Ebene, ob es dann hier etwas gibt, wo man sagen kann, okay, ich kann eine Seite als die stärkere identifizieren und die andere als die schwächere, um dann immer auf der starken versuchen eben damit reinzukommen. Die jüngste hier war ja relativ stark, nehmen wir mal eine erwackelt jetzt hier runter, wäre eine Überlegung dann zu sagen, naja, ein bisschen weiter, wir sind voll in Trendrichtung, Trend ist hier nach oben, im Kürzeren sowieso sehr gut zu sehen, also das ist ein ganz klarer Aufwärtstrend. Da kann man so eine Bewegungsrichtung durchaus dann dafür nutzen und immer daran denken, triggern lassen, auch wenn das hier auf der Short-Seite jetzt gerade, natürlich ein Klassiker, nicht gut gewesen ist, aber das ist normal. Nicht alle werden durch den Trigger rausgefiltert, alle doofen Situationen, aber doch viele und das verringert die Risiken und erhöht die Trefferquoten enorm. So, in diesem Sinne, diesmal sehr goldfixiert dieser Beitrag. Ich hoffe, dass euch das eine Anregung ist, was aktuell da ansteht. Wie gesagt, meldet euch an für den Trade des Tages und für Born for Trading. Dann bekommt ihr zusätzlich zu dem, was wir hier in den Videos besprechen, auch nochmal Hinweise mit konkreten Handelsansatz und natürlich mit vielen Ideen, die man am Markt dann auch noch umsetzen kann. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.